Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich optimistisch zu den Perspektiven im Kampf gegen das Coronavirus geäußert. Die Forschung an Impfstoffen findet Steinmeier durchaus ermutigend. Das Staatsoberhaupt rechnet nicht damit, dass noch einmal so weitgehende Einschränkungen des öffentlichen Lebens nötig sind, wie auf dem bisherigen Höhepunkt der Krise in Deutschland. Es gibt Licht am Ende des Tunnels, allerdings wissen wir nicht, wie lang die Wegstrecke dahin noch ist. Wir haben den Corona-Ausnahmezustand gemeistert, jetzt werden wir nicht an der Corona-Normalität scheitern, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017